No way! Juli, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich mal überraschen und let's go! Das ist ein Bild, oder? Oh mein Gott! Wie großartig ist das denn? Bitte? Was? Oh mein Gott! Loll! Riesen-Klingel! Ja moin! Damit hört ich jeder! Finde ich großartig! Wie gut! Was? Nein! Was? Nein! Wie gut! Krass! Ja! Hallo Maus! Ja, Kekse! Verstehe ich! Werden wir keine Kekse haben! Ja! Verstehe ich! Sehr gut! Und? Hast du jetzt aber auch verdient! Meine! Ja! Es fühlt sich ein bisschen wie ein Roboter, wie Honda's Asimo oder so. Aber in der Grunde, nach ein paar Malen, mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem mit dem, 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 mit dem Und dabei, wie lange hallint ihr dafür FREEB, großartig. Hahahaha! 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 Hä? Oh, wie süß! Oh, wie schön! Hahahaha! Hahahaha! Oh.... Gott denkt sich lineup! So wahre Freude einfach! Ja, die Füße sind nicht dreckig. Oh, das alte Album-Cover. Wenn es funktioniert, ich bin immer dafür, das, was man hat, einfach auch zur Hand zu nehmen, was Neues auszuprobieren, solange es funktioniert. Die kleinen Scheibenbrücher, die würden doch da längst aufgeben, von daher so alles in Ordnung. Oh, geil. Das ist cool. Das ist doch eher mein Level. Seid mal ehrlich. Also, was seid ihr für Besteck-Ordner? Legt ihr die alle so hin? Jedes Besteckchen hat sein eigenes Fächtchen, nicht wie dort. Aber die sind halt auch so Kreuz und Quer halt drinnen. Ähm. Schreibt sie mal in die Kommentare. Mich interessiert's. Was? Ach, cool. Oh, wie schön. Das war zum Geburtstag. Oh. Kann das überhaupt laufen, ohne über seine Ohren zu stolpern? Oh mein Gott. Oh, das ist mausig. Ist das der Wetter, dem die Ohren langgezogen wurden? Was? Das war's. Ich werde das nur in Ordnung nehmen. Wir könnene. What? Oh. Oh. Ahaha. Wie cool. Oh. Oh. Ich habe es für über 14 Stunden probiert, aber ich konnte es nicht. Das habe ich gesehen. Genau ein Jahr später habe ich es wieder probiert. Nein! Nein! Geil, oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nach drei Jahren! Ich bin ein Bruder! Wie schön! Das ist genau der richtige Polizeieinsatz. Vorrang vor allem. Wie süß! Am 3.9. hat Günter Geburtstag. Da müssen wir genauso feiern. Und wir haben seit heute auch neun Mitbewohner, die auf Youtube. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon Bescheid wisst. Ich drehe mich mal ganz kurz um. Klebt doch in der Scheibe. Vigo ist eingezogen. Deswegen kann ich euch jetzt gerade noch gar kein Video zeigen. Die Kamera muss erst komplett eingerichtet werden. Aktuell haben wir ihn noch nicht da drauf. Aber Vigo ist frisch eingezogen heute. Und wir werden demnächst die Geburtstage so verbringen. Sehe ich mich. Und die Geckos sehen sich auch so. Bestimmt. Bloß anstatt Blaubeeren sind dann dann Grillen auf der Torte drauf. Oder so müssen wir mal gucken. Oh mein Gott. Ich hätte Schiss. Oh wie cool. Merkt euch das für den Winter? Nochmal. So. Ja. Sehr gut. Oh wie cool. Das ist alles Schokolade. Was? War warm die letzten Tage. Der Boden ist Lava. Auf dem Boden ist Lava. Auf dem ganz anderen Level. Geil. Wie gut. Da. Auch eine nette Idee. Interessant. Alles gut. Wann ist es mit sehr letzten Mal ? Oh cool. 10. Heil. Das ist ja richtig gut. Ich bin froh, wenn ich mir das Ding nicht gegen den Kopf geknallt habe. Heiliger Strohsack. Das nenne ich immer Teamwork. Weißt du, es gibt halt die Möglichkeit, dass du als Team, wenn du als Team bist, gibt es zwei Möglichkeiten, zu funktionieren. Entweder Kill the Dragon oder Rette die Prinzessin. Die haben gerade gemacht, Rette die Prinzessin. Alle haben zusammen an einen Strang gezogen, um gemeinsam. Kill the Dragon ist die andere Variante, alle gegen einen. Dort waren sie alle zusammen, um was Gutes zu tun. Großartig. LOL. What? Das ist doch reingefotor... Oder? Hallo! Ah, hallo! Los geht's! Ich will auch sowas! Okay. Wie süß! Staubsauger! Geil! Der hat's drauf! So einen Staubsauger bräuchten wir auch, ja? Ja, ja, ja. Und wir haben hier ein paar perfekte kleine Knoten drin. Ich liebe A Cappella, ich finde es großartig. Gerade wenn es halt mal A Cappella ist, so raus vom Klischee und einfach mal was anderes. Das finde ich super! Wow! Okay, wie oft passiert sowas? Das ist halt auch so ein Erlebnis. Krass! 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 Oh! Och! Oh! Oh! Haha! Das war großartig! Wow, vielen, vielen, vielen lieben Dank! ich weiß gar nicht ob alle von euch die win completion kennen wir schauen sie immer wieder gerne das ist super cool dankeschön dafür ich hoffe euch hat genauso viel freude gemacht wie mir einfach mal was anderes zu sehen neue impulse zu bekommen super super cool ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal bis dahin tretet den basketball einmal gegen die abo glocke hängt euch einmal an den daumen hoch button und hinterlasst was zu eurem besteck in den kommentaren ich freue mich bis zum nächsten mal tut nichts was ich nicht auch tun würde bis dahin ihr süßen mäuse